Zwei Jahre Motava 10 auf YouTube und genau du kannst ein Geschenk bekommen. Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Motava 10. Ihr seid gelandet bei der Zwei-Jahres-Verschenkung von mir. Herzlichen Dank an euch übrigens für die vielen Abonnenten, für die vielen Zuschauer. Inzwischen haben über 750.000 Menschen, wie auch immer, meine Videos angeschaut. Und herzlichen Dank dafür und ich bedanke mich nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten. Ihr könnt deshalb etwas nicht gewinnen, sondern ihr könnt etwas geschenkt bekommen von mir. Und zwar handelt es sich dabei um ein paar Komponenten, die ihr bereits aus meinen Videos alle kennen könntet. Mit dabei ist vor allen Dingen von AMD die APU, ich nenne sie immer APU, weil ich halt auch gerne die Simpsons gucke. Eine A63650, mit dabei auch von Data, 2x4 GB DDR3 Arbeitsspeicher, 1600er ist das. Auch mit dabei von Werberteam die 128 SATA 2 SSD, sehr zu empfehlen. Auch mit dabei ein Mini-ITX-Board, das F1A75i Deluxe mit dazu passender Fernbedienung. So, von Scythe gibt es diesmal den Grand Coma Cross in der Revision B. Und auch ein sehr schönes Schmuckstück, das Vanless Netzteil von Seasonic mit 460 Watt und einer 80 Plus Gold Zertifizierung. Das sind die Sachen, die ihr alle geschenkt bekommen könnt. Und jetzt kommen wir mal zu den Regeln. Ihr müsst natürlich Abonnent meines Kanals sein. Klar, nur euch habe ich das zu verdanken, dass die Firmen mir solche Sachen zuschicken. Und daher soll das Ganze an euch auch weitergehen. Auch wichtig ist, dass ihr bereits entweder 18 Jahre alt seid oder das Einverständnis eurer Erziehungsberechtigten habt. Und dann müsst ihr unter diesem Video schreiben, warum ihr an dieser Verschenkung teilnehmen wollt, was ihr vielleicht auch geschenkt haben möchtet und was ihr damit anstellen würdet. Ausgelost zum Schluss wird das Ganze mit random.org. Und das werde nicht ich machen, weil ansonsten könnten wir ja sagen, ich wäre befangen. Das werde ich jemand anderem machen lassen, der mich hier in meiner Arbeit unterstützt. Und in ca. 14 Tagen, das genaue Datum schreibe ich jetzt unten hier nochmal in die Beschreibung des Videos, wird dann ausgelost, wer der Beschenkte und die Beschenkte sein wird. Es geht also insgesamt um 1, 2, 3, 4, 5, 6 Geschenke, die ihr bekommen könnt. Gut, zu 24 hat es noch nicht gereicht, aber vielleicht im Dezember diesen Jahres, je nachdem, wie sich meine Abo-Aufrufzahlen entwickeln. Eine Bitte noch an euch, damit ich auch mal größere Sachen an euch weitergeben kann. Ich denke da vor allen Dingen an aktuell Grafikkarten, die ja eigentlich alle von euch gerne mal haben möchten. Wäre es wichtig, wenn ihr vielleicht auch ein bisschen Werbung für mich machen würdet, in Form von hier, guck mal bei Motava 10 vorbei, der kann dir vielleicht auch weiterhelfen, wenn du ein Computerproblem hast. So, das war es in Kürze. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel geredet heute am Samstag. Wie gesagt, das Ganze endet in 14 Tagen, um 23.59 und 59 Sekunden. Und ich hoffe, ihr macht alle fleißig mit und gebt das auch weiter, denn nur dann kann dieser Kanal weiter überleben. Okay, dann wünsche ich euch viel Spaß und viel Erfolg. Nicht nur mit diesem Video und nicht nur mit der Verschenkung, auch mit den folgenden Videos. Und wir sehen und hören uns demnächst wieder auf Motava 10. Bis dann, ciao! Hier kommst du jetzt zur Installation des Saib Katana 4 und auf der rechten Seite zu anderen Videos von mir. Viel Spaß! Bis dann! Ja. Bis dann, coJA!